Oli, die Fie-Line! Die Mamba! Ja! Ja, ich hab's nicht mit dem letzten Tick! Ich bleib' mit dem letzten Tick! Oh nein, oh! Noch nicht! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir wieder Gameplay am Start. Ja, auch mal ein bisschen hier Abwechslung zu Vlogs, Pack-Openings und so weiter. Deswegen, ich hoffe mal, das Gameplay gefällt euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Und ja... Jetzt rede ich! Jetzt rede ich! Und es bleibt alles so, wie es ist! Ob du hier bist... ...und nicht! Mein Kaffee hab' ich getrunken! Beruhigt hab' ich mich nicht! Juhu, ihr Mädchen! Du denkst ja, johu, ich bin mir jetzt so am Assi-TV einfach mal mit entspannt. Und dann erkennt dich einfach jede Sau für den Rest deines Lebens. Und denkt, das ist noch echt oder so. Ist so. Ich schwör', ich würde ihm sogar zutrauen, dass er nicht so ist. Nein, nein, ist er nicht. Oh, Rave-Rabbit. Bei denen gab's auch so ein bisschen. Das Kinderzimmer ist aufgeräumt! Siehst du die Menge an Spielzeug? Das Kinderzimmer ist aufgeräumt! Es ist alles voll! Erdbeerkäse, die Wurst hat Proteine! Oh, wir haben den Rave-Rabbit. Erdbeerkäse! Erdbeerkäse! Mein Teritoria... Toritoria... Ich will dich nicht lesen! Das Känguru! Oh... Nee... Ich werd'n Lechser... Junge, was? Heute zeig' ich euch, wie Tiere ihre Nahrung zu sich nehmen. Ach... Nein, ich bin verpflichtet! Hä? Junge! Weil ich so um die Kurve gelaufen bin! Er schallert da rein mit der Vollauto! Als gäbe ist kein Gorn! Oh, ich hab' ihn gemessert noch! Jaja, sowas! Oh, ich räum' grad so auf mit der Schrotflinde, ey! Glaub' es mir! Der ist da immer raum! Die Schrotie und ich sind einfach... Gup! 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 Wer ist denn da drin im Raum hier? Er ist tot! Oh! Tim kämpft Leichen ab! Wiederhole! Du... Satis! Was? Ja... So... Leben aufbauen, alles schön und gut, aber... Es baut zu langsam auf! Was? Du musst nachladen! Steh unter direkter Beschuss! Jaja... Fuh, alter! Aha! Da wird auch geklatscht! Ja... Ja... Ich hab' so... Ich hab' so... Ich hab' so'n'n'n'n'guten' Spot! Nein! Oh, verdamm'! Wer... Haha, Junge! Kann'n'n'n'n'ne'n'n'er, Junge, der Spot hier! Hinter uns Oh, ein Aerosol, habe ich mir geholt Oh nein, Mann, ich habe ein Aerosol Ist das ein Qualler? Ah, 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 ist einer Ach, Mann Der Maid ist jetzt schon Legende Das ist für meine Kumpel Dass sie nicht A einfach auflassen Ob das zwei steckt Ja, okay Ich lade nach Jetzt läuft die Runde hier Was machst du mit der Maid? Oh Mann Oh, ne Blendgranate geworfen Granate geworfen Das ist für meine Kumpels Das ist für meine Kumpel Das ist für meine Kumpel Oder was meinst du? Du bist lost Oh nein Oh nein Ah, Tim Ah, da, 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 da Spawn Warum? Ey, Tim Ich schwöre dir, ne Ich bin die ganze Zeit da oben auf dem Dach Beobachte Wie ein Mh Als hätte ich noch nie was anderes getan Dann entscheide ich mich dafür Komm, läufst mal da drüben in das Haus In dem Moment Wirklich in dem Moment Kommt ein Gegner Außer Qualler Haha Findest du es wirklich nochmal so gut hören, ja? Äh Diese Klanger kuschel Ich sage dir, Bruder Walla Wähler Bruder Oh Mann Ich erwünschte, ich hätte es doch nicht gehört gerade Warum? Weißt du das? Hä? Weiß nicht Das ist nicht gut, oder was? Ne, ne, fand ich doch nicht gut Der hat, der hat, der hat, der haben die Emotionen gefehlt Achso Walla Fehler Was macht der jetzt offen? Was ist denn da los? Einfach das ganze Hochzeitsgesellschaft am Start da hinten Nee, ne, 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 ne Ich hab der mit der Granate angehittet Und hab noch draufgefeuert Der kelt mich vorher Was?! Und der Scheiß Biene Maya, alter Jetzt geht der auch hoch aufs Dach. Ja, super. Ja! 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 Ja, ich will ihn finden. Ich will ihn wieder abgefahren. Fub. Alter, wenn ich sonst sehe wie die Runde anfängt. Leggy, Meggy, aber richtig! Die von Walking Dead? Was? Ha? Nee, egal, verstehst du nicht. Will ich, ne, ich glaube nicht... Ich habe mich übernommen. Hä? Oh mein Gott. Jungen, die euch da alle wegholen. You are bad, okay. Mein Game lag, wieso? Granate ist raus! Muss nicht schmecken, muss wirken. Die kommen auch alle über den... Alter, Junge. Das ist auf jeden Fall ein absolutes Sweater-Lobby. Alter, wirklich, also... Hilfe! Das ist... Flentgranate geworfen! Bastard! Ah! Komm da wieder zwei! Mag... Oh mein Gott. Ich habe heute einen Trickshot in der Luft. Egal, wir haben es gepackt, glaube ich. Hier eine positive KT, Junge. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Wie war es bei dir, Ladex? Da ist der scheiß Grutskin, Junge. Der regt mich so auf. Das kann ich mir nicht kaufen, weil ich ihn eh nie durchspringen werde. Ja, das geht wohl bis 6. Dezember. Der hat Samuel L. Jackson als... Ding, als... Als Sprecher. Der war anscheinend günstig zu haben, die Synchronstimme. Die Wunschstimme, hä? Diablo... Stimmt! Cyber Monday oder so gekauft, alle. Aaaaaaah! Dieser Grutskin! Mann! Der ist es, sagst du. Na, der... In jedem Spiel... John Wick heißt der Gegner, Alter. Ich kann nicht mehr. Aaaaaah! Monday... Ich kann doch nicht wahr, Steinern, Alter. Der Grutskin! Mann! Das ist unglaublich, ey, wie heftig der ist. Ja, der regt mich... Also wirklich, es gab keinen Lobby, wo ich... Also ich hab den noch nie gesehen, in Scheiße. Immer, wer den hat, ist gut, irgendwie. Jetzt hab ich ihn gehoxt, die dumme Sau! Nein, 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 nein. Nicht mit mir, Kollege. Ich hab ihn auch! Mann! Jetzt killt mich der Helikopter! Und der Grutskin hat zugeguckt! Ich hab' die... Jetzt werd ich von dem Helikopter-Mopper getötet. Ummmopper-Mopper... Ummmopper-Mopper... Ummmopper-Mopper-Mopper... Ummmopper-Mopper-Mopper-Mopper... Ummmopper-Mopper-Mopper-Mopper-Mopper... Oh mein Gott, die Granate ist so reingeknarrt... Alter... Guck dir die Killsdinges an... Ah, und der dumme Kruz geht um mich wieder! Der Baum, ich hau ab. Waaat? Der Baum? Meinst du den Kruz? Ja. Baumkuchen. Nein! Ja, die Samuel L. Schettel. Das war Snoop Dogg. Das war Snoop Dogg. Das war Snoop Dogg. Snoop Dogg. Snoop Dogg Dogg Dogg. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und wenn euch das Video auch gefallen hat, lasst mir gerne bitte hier unten irgendwo ein Like da. Und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde mich sehr freuen. Gerne auch einen Kommentar, wie ihr das Video fandet, was man verbessern kann. Und ja, so helft ihr mir enorm. Ist für euch ein kleiner Aufwand. Und ja, würde mich sehr drüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!